hallo zusammen so langsam haben wir das gefühl im sommer angekommen zu sein wir haben sommerzeit zumindestens und ein blick aus dem fenster hier auf lanserote lässt vermuten dem wetter ist es so herzlich egal ob wir zu hause sitzen weil das ist heute recht angenehm das meer ist immer noch da der strand ist immer noch da nur wir können es im moment nicht nutzen was ihr aber nutzen könnt ist genau das was wir hier gerade im augenblick tun wir können gemeinschaft zelebrieren und wir können diesen zusammenhang tatsächlich auch für die nächsten wochen die wir noch zu hause sitzen müssen kultivieren das ist eine wahnsinns gelegenheit nämlich so lernt man auch mal dieses miteinander schätzen wenn man es nicht mit einer selbstverständlichkeit verbunden sieht denn so eine spannende geschichte die sich in den letzten tagen ergeben hat dass sich leute darüber beschweren ich kann ja meine großeltern nicht besuchen oder meine kinder können ihre großeltern nicht sehen weil man in deutschland angefangen hat hier restriktionen einzuführen stellt sich die frage wie oft hat man die großeltern wenn sie dann weiter weg gewohnt haben in der vergangenheit besucht das heißt man kann auch hier das soziale gefüge mal über den inneren tüff laufen lassen und sich mal überlegen welche beziehungen wichtig sind und welche einem spaß machen und was man jetzt wirklich vermisst man lernt dinge wieder schätzen und genau das ist es worum es uns auch hier geht dass wir euch schätzen gelernt haben und ich hoffe ihr uns auch ein bisschen wir haben nämlich 14 uhr auf den kanalen 15 uhr in deutschland österreich und in der schweiz und damit geht heute montefregio tv live lockdown lanzarote zum 13 mal auf sendung das zweite mal mit dem wort zum sonntag ja worum geht es heute und ich möchte euch mitnehmen in ein paar ecken die vielleicht gar nicht so bekannt sind die nicht so populär sind und die sich auch jenseits der fallzahlen abspielen so wie wir es in der vergangenheit schon gemacht haben möchten wir die gelegenheit nutzen auch mal den blick in ecken zu werfen die unmittelbar mit unserem thema zu tun haben nämlich auch mit dem lockdown aber euch den blick aus einer anderen perspektive ermöglichen so wie bettina gestern mit ihrem foto und auch da seid ihr angehalten wenn ihr tatsächlich etwas habt was aufmunternden charakter hat nutzt unsere gruppe postet zeigt den menschen auch was ihr gerade tut wie ihr mit der situation in deutschland österreich in der schweiz oder hier auf der insel umgeht weil diese abwechslung ist oft sinnvoller als das 23 mal das beklagen dass vielleicht das ein oder andere mittlerweile in den supermärkten ein bisschen knapp geworden sein könnte sollte oder man gehört hat dass es so wäre was da in dem zusammenhang übrigens total spannend ist ich habe es gestern schon publiziert weil ich die informationen direkt und unmittelbar von der bürgermeisterin aus arresiva erhalten hat er habe die luftbrücke zum kontinent zu spanien festland steht insoweit auch dass tatsächlich hier gestern auch ware direkt angeliefert wurde hier auf die insel per helikopter medizinisches hilfsgerät das heißt die medizinische versorgung auf der insel ist derzeit unter den rahmenbedingungen die wir haben gewährleistet hier wird auch unterstützung angefordert wenn wir tatsächlich irgendwo ein manko haben und es wird auch tatsächlich dementsprechend geliefert also auch da scheint derzeit noch alles im griff zu sein und toi 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 kloppen wir auf holz die kanaren generell haben obwohl wir in den letzten 24 stunden 100 neue infektionsfälle offiziell gemeldet haben immer noch mit die geringste anzahl auf 100.000 einwohner in spanien auch da liegt die fallzahl extrem tief nämlich noch in einem bereich um die 40 ich sage ganz bewusst um die 40 weil nichts ist dynamischer als solche fallzahlen im augenblick die können in dem augenblick wenn man sie auf ein blatt papier schreibt schon nicht mehr stimmen also sind es nur orientierungswerte und einen zweiten orientierungswert der mir grund und hoffnung und anlass gibt es euch mitzuteilen der freude ist tatsächlich folgendes schauen wir uns doch mal die gemeldeten infektionszahlen offiziell gemeldeten infektionszahlen in spanien vom 26 27 und 28 märz an dann stellt man folgendes fest 8.271 neue infektionen am 26 7 933 am 27 und 7516 am 28 zunächst einmal sind das alles noch sehr hohe zahlen ist sie liegen alle noch weit über dem was wir uns wünschen aber sie sind rückläufig und mit vorsichtigem optimismus kann man hier tatsächlich von so etwas wie einem trend sprechen das heißt wenn die maßnahmen die drakonischen maßnahmen die man in spanien ergriffen hat und umgesetzt hat und die jetzt wirklich in die mittlerweile dritte woche gehen ab morgen das wenn das greift und wir tatsächlich die kurve abgeflacht bekommen sind wir in der lage die situation zumindest besser zu handeln von kontrollieren möchte ich noch gar nicht reden aber wir sind in der lage nicht mehr spontan in eine situation gedrängt zu werden wie das jetzt in amerika der fall ist oder wie es in italien der fall ist ein beispiel dazu denn es hat ja auch soziale komponenten und das ist jetzt ein bereich leute denkt mal über folgendes nach es gab es vor gar nicht allzu langer zeit menschen die haben immer noch davon erzählt dass das alles nur gehypt wäre dass das alles keine konsequenzen hat und das ist ein ja wie jedes andere ist und dass man tatsächlich hier so etwas wie ein märchen folge leisten würde nun ich glaube die menschen in bergamo die wir schon mehrfach zitiert haben werden das anders sehen denn da sind ja hinter jeder fallzahl und auch der todeszahl steht ein mensch aber diese zahlen haben mittlerweile größen entwickelt dass man und ich habe schon beschrieben und berichtet in bergamo gibt es ganze züge an bestattungswagen die den ort verlassen und zum krematorium fahren in new york city haben wir eine ganz ganz andere situation da ist mittlerweile die todesrate so hoch dass die klassischen aufbewahrungsmöglichkeiten ausgehen das bedeutet dort werden kühlwagen kühltrucks umfunktioniert um die leichen darin zu transportieren aber auch aufzubewahren das heißt wir haben eine situation die tatsächlich den begriff ausnahmezustand wirklich sehr nahe kommt und wenn der präsident der vereinigten staaten vor einiger zeit noch gesagt hat warten wir einfach auf den april da werden die temperaturen wärmer dann wird sich das schon von alleine regen das ist wie beim schnupfen glaube ich beim anblick dieser gestapelten toten in den kühlwagen sollte man sich mal überlegen ob man das als normal bezeichnet wir haben auch eine situation und da bedanke ich mich ganz ganz besonders bei nadine brandt sie ist eine persönliche freundin von uns und auch von mir sie leitet eine reiseagentur ein reisebüro genau genommen zwei unternehmen in marokko drüben marrakech ist eine deutsche und sie ist eine sehr ambitionierte bloggerin die ihre informationen auch tatsächlich aus validen quellen bezieht und das spannende da ist jetzt dass sie mir eine sache beschrieben hat die jenseits von dem liegt was wir allgemein kennen aus urlaubsregionen sie sagt bei uns in unmittelbarer nähe weil auch da kann man sich mir also frei bewegen ist ein friedhof neu installiert worden für die toten die man zu erwarten hat aus dieser pandemie heraus und sie schilderte weil sie das dann gesehen hat wie sich dieser ritus einer beerdigung jetzt da abspielt und das deckt sich mit dem was in dem neuen königlichen dekret steht auch verabschiedet führt spanien heißt es man kann es nachlesen in der aktuellen oder in der vorletzten boe dem bulletin dass tatsächlich auch die schnellbestattungen beerdigungen in spanien mittlerweile zulässig sind das bedeutet die aufbewahrungsfrist und all das wird deutlich reduziert was das für konsequenzen hat kann man sich vorstellen auf der einen seite ist es klar man möchte tatsächlich dass diese menschen so schnell wie möglich so brutal wie es ist entweder unter die erde oder ins krematorium kommen weil sie als leichnam eine lösung bedürfen und ein problem darstellen auf der anderen seite nehmen wir es mal menschlich ist es nicht einer der wesentlichsten und wichtigsten momente im leben im sozialen gemeinwesen abschied zu nehmen einen würdigen rahmen zu schaffen für die menschen die man ein leben lang begleitet hat in marokko so hat madine geschildert drei personen die vor einem loch stehen löchkalk zugeschüttet das war's ist das das wie wir uns das vorstellen und das sind ausnahmesituationen die derzeit in einem unmittelbaren kontext stehen mit der pandemie in der wir uns befinden und habt bitte verständnis dafür dass das für mich jedwede verschwörungstheorie ad absurdum führt in diese diskussion haben wir noch zu keinem zeitpunkt gehabt diese konsequenzen haben wir noch zu keiner zeit mit der klassischen influenza gehabt das lief alles im geregelten umfeld ab und wir hatten zumindest die gelegenheit unsere kranken zu verpflegen denn jetzt stehen schon die ersten diskussionen im raum auch von robert koch institut vom rki aus dass man gesagt hat noch haben wir es unter kontrolle aber die triage kann auch in deutschland ein thema werden ihr erinnert euch darüber haben wir in einer der letzten sendungen gesprochen triage das heißt der türsteher der herr über pflegemaßnahmen über hilfsmaßnahmen und die zuordnung von betten sauerstoff beatmungsgeräten oder hilfspersonal entscheidet wer leben darf und wer nicht also hört bitte auf irgendwelchen kruden verschwörungstheorien raum zu geben oder jetzt noch in frage zu stellen ob diese maßnahmen die wir ergriffen haben sinnvoll sind oder nicht dann zu einem ganz anderen thema und zwar zwei propheten die offensichtlich den nerv getroffen haben tatsächlich im augenblick die krise vorhergesagt haben ich habe es eben publiziert es gibt eine ganz ganz spannende sache die moment viral geht man muss ja mit diesem begriff jetzt vorsichtig sein aber tatsächlich sich im netz verbreitet und zwar wieder mal wird hier nostradamus zitiert der bursche der als astrologe vor doch einigen hundert jahren aktiv war und offensichtlich die ganze menschheitsgeschichte vorher gesagt hat hat offensichtlich auch die corona krise und zwar relativ präzise vorhergesagt und zwar habe ich mir das mal notiert und zwar hat er vorhergesagt dass es sich hierbei um eine krisen einem zwillingsjahr 2020 handelt dass das in einem land in im europäischen bereich greifen würde der siebenberg italien und wo es her käme und was passieren würde und dass es die welt in eine krise stürzen würde weltweit wird ja passen wie man salopp sagt wie faust auf auge das ganze hat nur einen schönheitsfehler und dem sollte man auch mal rechnung tragen wenn unser nostradamus das gesagt hätte müsste man ja irgendwo auch finden was er da gesagt hätte weil wenn er schon zitiert wird sollte man ja wissen da gibt es eine quelle sonst kann man nicht zitieren nun diese quelle gibt es nicht diese ganze sache die so plausibel klingt diese toll klingt und die im moment nicht nur am lagerfeuer sondern offensichtlich auch über die tastaturen ins internet gelangen die haben keine substanz das ist ebenfalls mumpels ganz anders sieht das aus bei homer simpson leute homer simpson hat ja schon öfter prophetischen charakter bewiesen nicht nur dass er 2014 die deutschen als fußballweltmeister voraus gesagt hat nein in den die macher von homer simpson also der simpsons haben auch zum beispiel schon 2000 donald trump im rennen um die us-präsidentschaft gesehen also viele viele jahre bevor er sich überhaupt für eine politische karriere interessiert oder entschieden hat und es gibt aus dem letzten jahrtausend aus einer der ersten jahre der simpsons tatsächlich eine folge in der homer küchengeräte in china bestellt und dieses gerät virenverseucht in amerika ankommt und sich die epidemie über ganz die ganzen usa ausbreitet man kann also nicht sagen dass man hier nicht am puls der zeit wäre oder tatsächlich auch situationen vorherahnt die charakter zeitgenössischen charakter haben also tatsächlich ist homer simpson offensichtlich so etwas wie bildungs tv zumindestens für unsere freunde in den usa das aber nur am rande was mich dann noch beschäftigt hat in den letzten stunden weil der begriff immer und immer und immer wieder gefallen ist nämlich systemrelevanz das ist deswegen so wichtig weil bei uns in spanien zieht man die kandare noch ein bisschen an und sagt wir hatten auch den weinversand weil wein ist nicht systemrelevant das heißt der haus zu haus verkehr mit wein ist geschichte ab morgen und dem ist auch tatsächlich so weil systemrelevante dinge werden aufrecht erhalten und alles andere soll tatsächlich dem lockdown zum opfer fallen was im grunde genommen ja auch sinn macht weil wenn schon dann machen was richtig sonst lohnt sich der ganze halbgare aufwand ja nicht stellt sich die frage was ist eigentlich systemrelevant und da möchte ich euch darauf hinweisen ich habe es in der gruppe gepostet auch dazu haben wir umfassend und systematisch recherchiert wo der begriff seine verwendung seinen ursprung hat und welche sektoren dazugehören was da alles dazugehört kommt aus einem ganz anderen zusammenhang weil man hat sich schon vor jahren in der eu gedanken darüber gemacht welche bereiche so systemrelevant sind dass sie besonders schützenswert sein hier geht es insbesondere um die anfälligkeit für hacker angriffe für die aufrechterhaltung in katastrophen oder kriegsfall und man hat damals eine liste erstellt und diese liste haben wir euch zur verfügung gestellt damit ihr mal so einen überblick bekommt was ganz spannend ist in dieser liste fehlt tatsächlich ein bereich den es jetzt nachzubessern gibt oder gilt und was wir in der nächsten boe also im bulletin kann sie jetzt tatsächlich finden werden nämlich die unmittelbare versorgung der bevölkerung mit lebensmitteln weil wasser ist geregelt strom ist geregelt finanzen ist geregelt transport und verkehr ist geregelt das ist alles geregelt bis hin zum it was man ebenfalls zu systemrelevanten kriterien zählt aber die versorgung des endkunden spricht des verbrauchers der menschen in unserer gesellschaft fällt wohl unter einen subpunkt der hier nicht explizit erwähnt wurde aber wie gesagt auch da bleiben wir für euch am ball und sobald es da was neues gibt im neuen boe werden wir es für euch nicht nur erfahren sondern auch dementsprechend übersetzen ja was gab es noch eine sache gab es noch und die ist für mich auch erwähnenswert und wichtig und ich finde es toll wir haben in zeiten wie diesen nämlich auch hier auf der insel im rahmen ihrer möglichkeiten sowas wie helden oder in dem fall eher eine heldin des alltags und ich möchte euch das wirklich erwähnen weil es ist für mich keine selbstverständlichkeit heute wo sehr viele menschen in ihren vier wänden sitzen ihr eigenes schicksal und dass ihre umstände beklagen gibt es leute die tatsächlich noch den blick nach außen richten nicht nur wehmütig aus dem fenster sondern auch auf die menschen die sich in ihrem umfeld bewegen und hier verantwortung übernehmen und ich finde es ganz ganz toll wie zum beispiel biggie in playa blanca dafür sorgt dass ihre tennis gäste und tennis freunde die auf der insel waren hier einen unbeschwerten urlaub verbracht haben und dann hier gestrandet sind zum teil zum flughafen kommen wo sie hilfeleistung anbietet oder wo der hüttenkoller zu groß wird und sie mediativ dazwischen geht das alles sind leistungen die nicht selbstverständlich sind wo man sagt hier hat jeder mit sich selbst genug zu tun ich finde es toll ich finde es unglaublich toll wenn man sich hier auch nach außen noch immer orientiert trotz des lockdowns denn freunde das ist möglich man kann immer noch achtsam sein und empfänglich sein für die wellen und strömungen die von außen kommen das gilt im übrigen für so menschen die ich dann namentlich insoweit erwähnen will weil ich sie wertschätze und es am eigenen leib spüre egal ob das bettina ist aus ulrike ist oder ob es tina ist das sind menschen die sich wie aurora nach außen immer noch den blick bewahrt haben und hier nicht in sich selbst sozusagen im cocooning sich nur noch sich selbst betrachten und ihr schicksal beklagen das ist toll und auch dafür möchten wir nährboden sein dass wir zeigen dass unter den gegebenen umständen ein zivilisiertes und sozialverantwortliches leben immer noch möglich ist deswegen meine lieben freunde wir bleiben für euch an den harten fakten an den weichen fakten wie den tollen stories die hier auf der insel passieren und halten euch auf dem laufenden jeden tag jetzt nach der sommerzeit 14 uhr auf den kanalen 15 uhr in deutschland österreich und in der schweiz und wie jeden tag gilt mein wunsch bleibt ihr gesund dann leisten wir von hier einen beitrag dazu dass die langeweile zumindest für 15 minuten plus minus jeden tag ein bisschen vertrieben wird von hier für euch aus dem newsroom von montevigo tv lockdown lanzarote morgen wieder dann mit der 14 episode von euer chris